Was geht Leute? Heute wieder ein neues Video von uns beiden, mit ApoRed, wieder auf trocken am Start, mit einem neuen Video, Push, sein neuer Song, wir schnacken drauf. Aus dem Nichts schnacken wir gar nicht groß rum und gehen direkt rein. Das ist kaputt der Tag. Work, Hard, Dream, was? Keine Ahnung. ApoRed? Oder was ist das hier? Yeah. Im Gym. Oh. Im Gym macht der Video. Oberarm hängt aus dem Rangy, Bizeps hart wie ein Basie, du bist lazy und schaffst nicht einmal drei Sätze wie ein Baby. Moment mal, Moment mal, Bruder, was steht hier gerade? Was ist das denn, Alter? Hä? Ich hab was ganz anderes erwartet, nicht sowas, Alter. Nein, Mann, Alter. Bruder, hab das so eine, ich glaube, der versucht, die gerade Gym-Muckel rauszuhauen. Ich glaube, das ist Werbung für dieses Studio. Also rede nicht, der Main-Correcter gibt dir Trainings-Tips. Du musst pushen, pushen, wie die Bitches im TV-Office. Wenn du Apo siehst, bist du sympathisch, aber schüchtern, kein Problem. Bisschen lockern mit Pilates auf der Rückbank. Ich bin Fane, Heavyweight, top in shape. Wie Song Goku, arrogant, weil ich frag mich schon selber nach nem Foto. Nein, Bruder, ich frag mich schon selber nach nem Foto. Voll der Scheiß, Alter. Bruder, was ist das für ein Song? Vielleicht, wenn wir das nur machen, um uns zum Lachen zu bringen. Mit Humor? Ich sag das nicht. Bruder, irgendwie so ein Blick sagt mir, der meint das voll ernst. Bruder, mit Trainings-Tipp, dies, das, Apo, Red, du siehst nicht danach aus. Alter, komm noch ein Stückchen weiter. A-Shit für arrogant, P für die Power. Bullshit für oh shit, Apo ist sauer. Ich push die Schultern und die Arme, yeah. Ich hänge ab wie ein Koala-Bär. Dicker Apo ist milliardenschwer. Ich trage Tanky und kein Sweater, euer Main Character. Schlafe immer aus, denn meine Rolli hat kein Wecker. Ich hau Burger weg und verbrenne trotzdem Körperfett. Baby, nimm die Supplements und pack sie. Wahrscheinlich nur im Obergeschoss, würde ich sagen. Ja, da weiß die Leute nicht. Ich mach mehr Cash als jeder Onlyfans-Kanal. Stapelgeld, hier in Dubai ist das sowieso normal. Sehen Chayas meinen Bizeps, heißt das Apo, spann mal an. Wer ich bin, immer noch der reichste Taler. Bruder, du kannst nicht Dubai-Gym flexen und dann ist das so ein Gym, Alter. Das ist tausendmal krass, Alter. Voll standard, das sieht aus wie Fittix-Bereich. Da sieht man in irgendeiner Hotelanlage, bitte. Diese nötigsten Geräte einmal, Gewichte bis vielleicht zwölf Kilo, das war's. Was mir auch überhaupt nicht gefällt ist, so ein Rap-Song, ich sag mal so, da sollten ja immer so ein bisschen mehr so, da sollten ja verschiedene Sachen passieren. Er ist hier die ganze Zeit beim selben Ort. Guck mir doch, Aidenware. Der Jim Palao. O-Shit für O-Shit, Apo ist sauer. Der macht das Alphabet-Song. Ich pushe die Schultern und die Arme, yeah. Er erklärt, das ist Alphabet. Denkt er, er hat wirklich das ein heftiger Song? Das ist Supermarkt-Mucke, Bruder. Das ist... Alter, Alter, Alter. Ich finde es lustig. Man kann gut lachen. Ich hänge ab wie ein Koala-Bär. Digga, Apo ist milliardenschwer. Immer. Ich pushe die Schultern und die Arme, yeah. Ich hänge ab wie ein Koala-Bär. Digga, Apo ist milliardenschwer. Immer. Push, 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 roll, um, roll, um, roll, um, roll, um, roll, um, roll. Jetzt kommen 24,90 pro Monat. Oi, 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 mein Pratzen, halt. Ja, warte. Wer war das? Guck hier mal seine Haare. Ja, mach der. Iiii, was für Haare. Guck mal, man sieht, hat noch nie Pratzen gehalten. Guck mal, wie kann sich vorlehnen. Hier, zeig direkt mit der Maus. Ja, hier, gepäck, gepäck, gepäck. Nie vorgelehnt. Ja, jetzt hier ein bisschen wieder normaler, aber gerade eben sehr fein. Bei einem Gym-Video erwarte ich auch, dass du auch ein bisschen selber was von dir zeigst. Ja, ich mein, Bro, du pumpst, holst den Pump ab, machst dich so leicht verschwitzt, so ein bisschen hier. Ja. Richtige Licht und schon wirkst du deutlich praller. Push, push, Bruder. Der muss aufpassen, dass er nicht damit viral geht. Also, Fazit, der Song war mal übelst Bullshit, Alter. Ja, und ein Problem mit mir? Ihr habt euch genau den falschen Gag ausgesucht. Der trollt doch, der trollt doch wie immer. Das war richtig goofy, wie du gerne hast. Ja, goofy, Alter. Einmal goofy. Dein Gym jetzt, oder was ist das? Nein, Mann, Alter, der hat sich da reingeschlichen. Oh, das ist wirklich einfach nur ein Video jetzt. Der hat sich da reingeschlichen, so heimisch mit Kamera. Die Leute gesagt, komm, ich geb euch ein bisschen Geld. Das war nix. Der Satz mit X, der war wohl nix. Aber auch immer lustig, war amüsant. Aber... Muss sagen, jetzt, ich weiß nicht, San Diego mit seinen Track, muss jetzt aufpassen. Ne, Apparat ist jetzt da. Er ist jetzt da, auf Video und Online. Vergiss nicht, liken, abonnieren, kommentieren. Den Link ist unten folgen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.